Mittwoch ist wieder. Und heute sind wir mal auf der Roßwiesen unterwegs. Ohne Pferdln. Was ohne? Ohne Pferdln, ohne Rösser. Ohne Rösser. Ja, heute sind wir die Rösser. Ob das da heute viel Schnee war? Ja, da ist eine Mutter Schnee. Und weil so ein gutes Schnee ist, machen wir heute die echte Skitouren-Variante, dass wir alle nebeneinander gehen, weil es so schön ist. Ja, bis wir oben sind, sind wir in einer Reihe. Zuerst ein Vierer, dann ein Dreier, Zweier, Einser. Wie es da herkommt. Ich weiß nicht, das ist sehr mangelhaft. Menge genug, Qualität scheiße. Scheiße. Schau dir das an. Bodensicht schlecht. Boah, jetzt kommt es mir echt Wärmer vor, als wir in Teneriffa. Obwohl es schneit. Schnee, Ende nicht. Nämlich in der Höhe, gell? Ja. Da würden sich die Obertauerer alle zehn Fingern schrecken, dass man zu viel kriegt. Und ich bin froh, dass wir mit Mittwoch was tun, was wir sonst nie tun. Zum Beispiel am Hochkeil gehen. Hochkeil. Alles Gute. Hochkeil. Hochkeil. Ja, und jetzt Party time. Hey Buben, kommt es rein in die gute Stube? Ja, ja. Hör die Fälle runter. Ach was? Die tue ich erst nachher runter. Der Kaubel hat zuerst einmal seine Pferden versorgt, bevor er ins Salon gegangen ist. Mir ist der Salon wichtiger. Gut, dass wir am Video nichts riechen, weil der Roland hat gerade dann muss er auch rum reingemacht. Aber ein kurz. Höchst wie ein Buntstander, gell? Buntstander. Bunt? Standard. Dann fahren wir heute einmal woanders. Genau. Ja, genau. Ja, genau. Die hat auch so einen guten Schi. Das ist aber Wahnsinn. Wow, da hat es ja richtige Regenrinder drinnen. Ja. Ja. Ober geht. Ober geht. Ober geht. Ober geht. Musik 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 Pobre Javier Soy, alfa Ja, wird doch nur ein Müll. Hoppala! Telemark! Jetzt gehen wir gleich! Ah, wie der Feind! Diesmal ist alles Sonnens. Am Schluss gibt es die schönsten Schwünge. Uuuuh! Jawohl! Und wieder hinein in die warme Hütte.